Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Baldur's Gate 3. Ja, ich hatte meinen Charakter geändert und ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ob ich die Folge hochgeladen habe, weil ich ja doch krank bin und ich versuche mich jetzt trotzdem am Spiel, einfach weil ich mich ablenken möchte und ich hoffe, das funktioniert. So, ich glaube, hier müssen wir rein, ne? Oh, das ist gut. Gold. Für den Fall, dass ich die Folge nicht hochgeladen habe, ich weiß es halt noch nicht. Äh, ich werde mich demnächst nochmal mit dieser WASD Mod beschäftigen. Das ist halt so die Mod, die ich jetzt noch ins Auge gefasst habe. Mir geht es halt nicht um spielverändernde Mods, sondern mir ging es halt im Moment erstmal nur um rein optische Mods, wo ich meinen Charakter gerne nochmal überarbeiten wollte. Wir müssen jetzt hier links rüber. Ich hoffe, es gibt hier noch einen Schnellreisepunkt, den ich finde. Und dann... Ich weiß nicht, ob die Freunde nicht sind, werden wir jetzt gleich sehen. Ihr fühlt! Ihr fühlt! Ihr thoughts invade your own hunting for recognition. Ihr Parasite offers it readily. True soul, a pleasure. What news from the field? General Cetherick's advisor went off on a field trip. Zorrell's in charge till he gets back. Zorrell's in the audience chamber, true song. Go right ahead. Zorrell's in charge will lead to Zorrell. Let us not keep her waiting. Praise the absolute. I don't know. What? What's that? True soul, a pleasure. What news from the field? What the fuck? Okay. Die wachen sich wohl nicht einig. Let's be on my way. Genau. Aber erstmal gucken wir uns hier mal um. Ich weiß nicht, ob ich Zeit durch die Vordertür gehen soll. Ich hoffe, mich quatscht jetzt nicht jede Wache an. Ne. Ein Schiffchen. Todesschutz. Ich glaube, wir gehen mal rein, oder? Wir sind ja in der True Soul. Was soll schon passieren? Ja, nicht nur das. Wir müssen noch das kleine Mädchen befreien. Und wir haben ziemlich viel hier zu tun. Den Fürsten müssen wir suchen. Treppe. Warum haben die da so ein Ding? Um Todesschutz. Heißt das, die können nicht sterben, oder was? Das wäre aber schlecht. Wir sind auf jeden Fall gefangen. Ich finde hier das Mädchen. Da ist... War niemand drin? Da sind ja die komischen Augen. Ja, warum dir mal. Hallo? Okay. Das, äh... Wir suchen nur eine Gefangenen. Zellulit-Nadi. Ich sehe aber auch keinen. Da oben? Ne. Ich sehe kein kleines... Tiefling-Mädchen. Das reden wir auch mal mit dem. Okay. Das wird schon mal wieder. Die Wärterin. Okay. Ich habe so meine Vermutung. Na, sprechen wir mal mit ihr. Ich habe gerade erst ein neues Gesicht bekommen. What? Hmm. Oh. Oh, dear. Does someone think they're important? You are small, true soul. Insignificant. And above all, replaceable. Do not forget that. Was soll schon passieren? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, Paralelen weiß ich nicht. Wir können es ja mal versuchen. Was ist doch passiert? Im schlimmsten Fall müssen wir kämpfen, wenn wir so oder so tun. Achso, die ist so dumm. Das soll sogar ich mit meinem Soffelglück hinkriegen. Oh Gott. Fuh. Aber klar. Ich muss die jetzt mal umbringen. Ich versuche mal was. Komm, wir machen mal die Tür zu. Vielleicht schickt es dann keiner mit. Und dann gucken wir einfach mal, was passiert, oder? Ich wurde gesehen. Ich bin hier, um zu kämpfen. Was? Willst du mich verarschen? Okay. Das ist nicht gut. Ich habe auch niemanden, der jetzt irgendwie mal so Unsichtbares aufdecken kann, oder? Fuck. Hatte ich nicht. Vielleicht mache ich sie damit auf. Damit mache ich sie auf. Wie praktisch. Wie praktisch. Wie praktisch. Möchte ich das Ding auch noch kaputt machen? Oh, toll. Schiss anemming. Nee, nein. Fernkampf. Keine Ahnung mehr. Saumerplatz, Generation, okay. Dann haben wir einen Schlüssel, das ist schon mal wichtig, denke ich. Bundaufgang, Wächterschlüssel. Okay. Ähm, du kannst jetzt aufhören. Schatten her. Gefangenen Protokoll. Sollen bei seiner Rückkehr in sein Labor verlegt werden? Die sagen mir gar nichts. Tod in Zelle ausgefunden. Überrest in Küche geschickt. Hm. Okay, wir können die Zellen öffnen. Würde ich jetzt aber erstmal noch nicht machen. Mach dir mal an. Wo geht denn hier? Okay, dann muss ich mal da hoch gehen. Okay, das geht mit meinem Schlüssel nicht. Oh. Oh. Äh, den hab ich nicht gesehen. Oh. Wo kommen die zwei denn jetzt her? Ähm. Ich will ihn mal ausprobieren. Oh. Verdammt. Ähm. Hm. Damn it. What? Lebt die da unten noch? This is your end. Huh. Huh. Damn it. Man. Warte mal auf, wie du bist. Ich habe doch nur in so eine Kiste reingeguckt. Mann, ey. Ähm. Geh mal eben da runter. Und loote mal eben die. So, was haben wir hier? Lass uns mal die Dinger aufknacken. Ich finde, wir sind immer wieder richtig unauffällig, oder? Ende 16. Uff. Oh. Das kann ein bisschen dauern. Oh. Ich glaube, wir haben neue Würfel. Ja. 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 Weiß ich jetzt auch nicht. Ich würde mal sagen, wir nehmen es mit, oder? Oh. Alter, 16. Mal gucken. Oh. Boah. Okay. Ach, ihr seht noch mehr Ton. Ja, nice. Machen wir die auch noch auf, solange wir hier so viel Glück haben, oder? Und da ist es wieder zurück. Wir haben unseren alten Würfel wieder. Ich hatte ihn schon vermisst. Na, haben wir Glück. Aber so gerade eben, ne? Aber ich beschäre mich nicht. Boah. Äh, die an dem der Einschüchterung. Er hält einen Bonus aus Plus Eins auf Zauberrettung. Wenn er bedroht wird, okay. Ähm. Dup, dup, dup. Verwenden. Hm. Huch, die war ja schon. Ich glaube, mehr Wachen haben wir jetzt. Fallentschärfung. Schwarz. Start. Ja, hier oben kommen wir aber nicht weiter. Würde ich jetzt mal so behaupten. Pläne für die Schwertküste. Let's see. Raum. Bin ich mir sicher. Hier. Gehen wir erstmal wieder runter. Was ist denn hier? Wofür habe ich denn die ganzen Schlüssel? Ich würde gerne wieder unsere neuen Schlüssel haben. Boah. Puh. Mann. Ich glaube, ich setze den nächsten Skillpunkt oder so in Magie oder Zauber. Damit ich dieses Klopfen bekomme. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist echt nervig, ne? Ja, hey. Ja. Ich habe gleich keine von den Dingern mehr. Jetzt kommt es. Ich dachte gerade. Wie sollen wir einmal speichern? Okay, da ist irgendetwas drin. Dem wir nicht begegnen wollen, schätze ich mal. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Skelett. Hm. Ich würde ja gerne mal reingucken, aber... Geht nicht. Aber reinspringen will ich da auch nicht. Ja, komm. Tschüss. Super. Super, dass ich hier die ganzen Dietriche verballert habe. Gibt es hier noch irgendeinen Weg? Der uns jetzt irgendwo anders hinbringt? Wo wir vorher nicht hin konnten. Hm. Ich glaube nicht. Ich finde auch hier... Keine... Da können wir rüberspringen. Dann hier rauf. Dann die Leiter hoch. Ja, lass uns mal gucken. Ähm... Ich speichere jetzt nochmal. Und... Gehe erst einmal alleine. Ja. Für den Fall, dass ich das mir nicht... gar nicht lohnt hier. Jo. Wir kommen auch einfach da durch. Alles klar. Warte mal. Dann rufen wir mal die Truppe wieder zusammen. Ich nehme an, die nehmen jetzt die Leiter. Jo. Tun sie. Ich weiß nicht, ob wir hier hinten irgendwo langen müssen. Vielleicht gehen wir ja auch... Vollkommen umsonst lang. Aber irgendwas muss es ja hier geben. Was wird da vielleicht hin? Vielleicht. Kommen wir da hin? Wir könnten da drauf springen. Weiß ich nicht, ob wir da rüber kommen. Ich gehe mal erstmal da gucken. Da sind nur Tieflinge drin. Hm. Die anderen Zellen sind aber... Da ist ein Loch. Vielleicht müssen wir da runter. Möglich. Tja. Lass bald das gehen, ne? Wir wissen nie, was wir tun müssen. Wir können natürlich auch die Zellen aufmachen. Achso. Wir müssen erst wieder hüpfen. Hüpfen. Und gucken, was dann passiert. Alle da, jo. Alle da, jo. Ich weiß gar nicht, ob hier überhaupt noch Wachen sind. Ich mach die Dinger jetzt mal auf. Warte. Stopp. 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 Jo. Äh. Ich hab da gar nichts gesagt. Was ist da? Hebel für Gemeinschaftszelle. Im Mondaufgang. Gefängnis. Wollen wir den mal klicken? Oh. Wir haben damit alle Zellen aufhören. Wir müssen ja von irgendjemandem noch den... Was ist mit euch? Warum greift ihr mich denn an? Ihr Dummbos. Habt ihr gesoffen, oder was? Die sind... Achso. Die greifen die Dinger an. Alles klar. Die greifen die coolen an. Ähm. Oh ja. Dann spuren wir auch mal los. Wie weit komm ich denn bis da? Ja. Kann sie denn noch... Schießen? Nö. Natürlich nicht. Äh. Na hin. Mach das weg. Hallo. Hallo. Ja, ich weiß, dass ich nicht genug Punkte habe. Ich will doch einfach nur laufen. Ja. Äh. Ist doch... Schwer genug für den kleinen Jugo. Oh. Ich hab leider keine... Oh. Auf keinen Fall. Oh, haut mal das Ding hier. Äh. Darnis, ist das nicht der Ehemann? Ich muss... Ich muss... Ich muss... Ich muss... Ich muss... Wo rennt ihr denn hin? Leute da draußen sind doch ohne Ende Wachen. Just selten. Ich weiß nicht, ob Darnis der Ehemann war. Auf jeden Fall können wir uns jetzt hier in den Zellen umgucken. Ja, die Knochenhaufen interessieren mich echt nicht mehr. Ja, wir könnten da vielleicht hoch... Ja, aber... Die Gefangenen müssen ja irgendwo hier sein, oder? Aber hier ist auch niemand jetzt mehr, mit dem wir reden könnten, oder so. Ob ich da jetzt runterspringen will? Habe ich auch so meine Zweifel. Hm. Fluch und Segen zugleich, ne? Dass ein Baldur es geht wirklich... Nichts erklärt. Ich glaube, wir haben ja aber alle umgewahrt. Und alle Zellen aufgemacht. Oh, oh. Haben wir schon wieder Streit? Sturmangriff? Oh. Oh, ich sag ja, ihr Dummköpfe. Was kämpft ihr, oder was rennt ihr raus? Ich hätte das vielleicht gerade nicht machen sollen. Ich hätte mich vielleicht nicht in die Kamera einmischen sollen. Ah. Ja, Nu ist zu spät, ne? Jetzt haben wir's getan. Ah, verdammt. Hm. Ich bin immer zu weit weg. Ich bin immer zu versammeln. Ich bin immer zu weit weg. Ich bin immer zu wenigstens. Dann kann ich nicht in die Kamera einmusikern. Oh, du kannst dich bereit ins K duschen. Äh. Ich bin immer zu weit weg. Ah, nein. Ich komme trotzdem nicht an den Rand. Ja, ist mir egal. Ich glaube, die müssen wir als erstes hier wegmachen. Hä? Nicht erreichbar? Wieso? Uff. Was denn da? Was für ein Spinn? Aua! Was für ein Arsch. 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 Echt? viel hat er ja nur 38 von 70 toll oh come on Nee, ne? Oh. Hm. Aber wir müssen jetzt den Weg machen. Ja. Nee. Ich weiß nicht, ob es das ist. Okay, das macht überhaupt keinen Schaden. Hm. Hm, das kann ich nicht immer machen. Nix. Ich kann einen Haltan trinken. Oh, sorry. Ja, schön. Hm. Hm. Okay, das ist ein Schaden. Ja, das ist ein Schaden. Und jetzt ist es, dass ich das schaden. Okay, das ist ein Schaden. Aber ich bin bereit. Ich bin bereit. Jäger, ich bin bereit. Ich bin bereit. Woh! Ich bin bereit. Dann bin ich bereit. Angreifen kann ich mit ihm nicht mehr. Gehen wir mal ein Stück da rüber. Gelegenheit. Das sieht immer so aus, als würden die angreifen. Und nicht ich. Ja, ja, ich hasse dich. Ich hab's schon erwähnt. Da, wieso macht er das? Ich versteh's nicht. X2. Sometimes the only way out is through. Ich kann es wieder nicht werfen, ich verstehe es nicht. Ist das echt immer ein Aktionspunkt? Oh, Schatten erzählt, noch eine Runde tue ich, oder? Was? Führe einen Gelegenheitsangriff aus. Aber ich habe doch gar keine Stangenwaffe. Nicht reagieren? Okay. Ich glaube, wir müssen jetzt aber mal alle haben den selben blöden Schlüssel. Was ist hier? Ja, das mit den Gefangenen war er nicht so erfolgreich. Ich habe auch nicht verstanden, dass die da einfach rausrennen. Das war ziemlich dumm. Ich glaube, das war der Typ. Lias Laufliste. Ja, doof von ihnen. Ohne Flax. Ich weiß auch nicht, warum die einfach losgerannt sind. Ich bitte schon mal überlegen zu laden, um die zu retten. Aber nö. 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 Wir sind jetzt tot. So, wir reisen zu unserem Lager. Obwohl wir auch tot sind. So. Wo ist unser Feuerchen da? Ja, wir... Ich räume gleich um. Jemand im Lager hat Gesprächsbedarf. Pass auf, wir machen mal... Ein bisschen... Was ist das denn überhaupt? Zauberplatz... Regeneration. Sehr selten. Äh... Die Erklärung dafür ist natürlich auch wieder geil, ne? Hm, was hast du denn? Dann... Kann der Träger... Zwei Zeugen lang lähmen. Todesrettungswürfen zu bestehen. Also, wir nehmen die mal weg. Dafür nimmst du die. Und wir probieren... Das Ding hier mal aus. Ach, warum? Funktioniert das nie beim ersten Mal? So, die Waffe da rüber. Jetzt kann ich mich doch schon wieder bewegen, oder? Ähm... Zauberrettung... Ja... Seh ich mich jetzt gerade nicht so... So, wer will denn da reden? Gail? Oh, ich bin immer noch geladen. Haben mir nicht tolle Haare. Ich weiß, sie sind unpraktisch. Aber ich würde sagen, mit denen reden wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.